Du bist hierhin schon ein bisschen länger weg vom FC St. Pauli. Ist es denn immer noch was Besonderes, wenn man da am Ostersonntag aufdribbeln darf? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, nicht nur für mich ist es was Besonderes. Ich denke mal für alle, weil St. Pauli ist die beste Mannschaft jetzt diese Saison in der Zwischenliga. Und wir haben die Chance, sie zu ärgern. Und also wie gesagt, es ist für jeden ein Highlight-Spiel.